Klimatherapie Klimatherapie ist die Therapie einer Erkrankung mittels Wechsels des Ortes und mittels eines anderen Klimas. Bestimmte Klimafaktoren haben Einfluss auf den Körper und auch auf die Psyche. Wer zum Beispiel ständig Erkältung hat und diese nicht los wird, der könnte mal probieren ans Meer zu fahren. Oder du kannst probieren in die Alpenregionen zu gehen. Oder angenommen, du leidest im Winter unter der SAD, also Seasonal Effective Disorder Erkrankung, also einer Art Winterdepression, dann kannst du probieren, im Winter zwei bis drei Wochen irgendwo in den sonnigen Süden zu fahren. Eine einfachere Klimatherapie wäre auch, einfach mehr in die frische Luft zu gehen. Das Klima in den Klimaanlagen der Büros ist eben oft nicht so, wie es für den Menschen gut ist. Wenn du dann stattdessen an einen Ort fährst oder rausgehst an die freie Natur, selbst wenn es dort regnet, selbst wenn es kalt ist, dann hat das eine gewisse therapeutische Wirkung. Es gibt auch das sogenannte Reizklima, zum Beispiel an der Nordsee oder auch in bestimmten Mittelgebirgslagen. Das kann sogar manchmal dazu führen, dass der Mensch vorübergehend etwas Kopfweh bekommt oder dass der Appetit sich ändert. Der Mensch ist ein Organismus, der sich an die Herausforderungen der Umwelt anpasst. Und wenn man in ein anderes Klima geht, dann wird der Organismus umgestellt. Und diese Umstellung kann große Wirkungen haben. Es gibt natürlich auch Klimatherapie als Meidungstherapie. Zum Beispiel angenommen, jemand leidet unter Allergenen, dann leidet unter verschiedenen Heuschnupfen oder anderem. Dann kann es hilfreich sein, direkt an die Küste zu gehen, wo es zum Beispiel weniger Pollen gibt. Oder er kann auf mehr als tausend Meter Höhe gehen. Dort gibt es auch weniger Pollen, mindestens nicht die Pollen, gegen die man typischerweise allergisch ist. Aber Klimatherapie in einem weiteren Sinne ist auch Reiztherapie. Das heißt, den Organismus anderen Reizen aussetzen. Und das kann eine positive Wirkung auf den Organismus haben. Du könntest das auch ausprobieren, im Urlaub mal an unterschiedliche Orte zu fahren, unterschiedliches Klima, und schauen, welchen Einfluss hat das auf deine Erkrankungen oder auch auf deine Psyche.